Herzlich willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlock 119 am 28. März 2023, immer noch am Hundestrand Gringo Beach in Griechenland. Es ist 21 Uhr und wir haben noch 12 Grad Außentemperatur. Gestern waren es glaube ich 14 oder 15. Es ist tatsächlich ein bisschen kühler geworden, weil es wahnsinnig windig geworden ist. Wir hatten heute Regen, Hagel, alles mit dabei und jetzt seit, weiß ich nicht, 2-3 Stunden ist es echt richtig, richtig windig geworden. Ich habe sogar mein Wohnmobil einmal umgeparkt, damit ich mit der Schnauze im Wind stehe, damit das nicht ganz so doll rüttelt. Und, dass es nicht so doll auf die Kühlrippen des Kühlschranks draufbläst. Das ist nämlich immer so ein bisschen ein Problem, wenn der Wind dann sehr stark auf der Seite steht, auf der Beifahrerseite bei mir. Dann pustet das in diese Lüftungsschlitze des Kühlschranks rein und kommt im Wohnmobil auch an. Also das ist halt, mein Wohnmobil ist ja über 20 Jahre alt und das ist halt auch nicht mehr überall ganz so winddicht, sage ich mal. Weil auch durch die Tür, die Türdichtung ist auch nicht mehr so hundertprozentig, da kommt dann auch solcher Wind rein. Und ich sitze immer gegenüber der Tür auf der Bank und ja, das pustet mich dann direkt an quasi. Also es wird dann immer kalt, wenn es windig ist. Deshalb habe ich umgeparkt, das ist ein bisschen bequemer. Dann waren wir heute noch auf dem Markt. Ich glaube, das hatte ich gestern auch erwähnt, dass wir da heute hinwollen. War auch wieder schön, leckeres Gemüse gekauft. In der Taverne waren wir nochmal am Soufflaki. Ne, Quatsch, wir wollten Soufflaki essen. Und ich habe dann aber einen Gyrus-Teller gegessen tatsächlich heute mal. War auch wieder sehr lecker. Wir waren noch beim Schlachtern, haben Soufflaki eingekauft für morgen. Wir wollen nämlich morgen noch ein bisschen Abschiedsgrill machen hier am Strand. Mal gucken, ob das was wird bei dem Wetter. Es ist zwar jetzt trocken und soll morgen auch trocken bleiben, aber ein bisschen kühler sein. Und ja, mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ganz zur Not packen wir die Dinger halt einfach in die Pfanne. Das geht ja auch. Und ich habe jetzt gerade eben eine Podcast-Folge hochgeladen, aufgenommen und hochgeladen. Eine reguläre, wieder so um die zehn Minuten, wie ich das ja jeden Dienstagabend tue. Da geht es um den Abschied aus Griechenland. Denn diese Woche verlassen wir ja Griechenland, wie ihr wisst. Da war es mir nochmal irgendwie das Wert und das Bedürfnis hatte ich, da nochmal eine Folge dazu machen. Es geht dem Ende entgegen, heißt die Folge. Also viel Spaß damit. Hör da gerne rein, falls du das gestern Abend nicht schon getan hast. Lass mir gerne eine Nachricht bei Spotify da unter der Folge oder zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du die Folgen ja auch. Immer nur zu hören, also es gibt kein Bild. Aber man kann dort natürlich sehr gut auch kommentieren unter den Folgen, wenn man das möchte. Also ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei.